Oh wir müssen unseren Link finden. Leben tickt runter. Wissen wir wer? Achso ja ok ist klar. Ja alles gut. Ich seh schon. Links und Rechts ist easy. Krass, so kann ich auch deine Pokémons klauen. Du bist bestimmt so geil herst. X. Beste. Fackel an. Meine scheiß Fackel habe ich jetzt hier nicht mehr. Jetzt halt. Guck mal jetzt steht hier wer neu ist. Wer ist das? Welches Level? 25. Boss? 25 Boss? Boss? Wie heißt der? Robin? Hallo? Das ist so ein... Ach das ist nicht. Ist das richtiger Boss? Das ist nur so ein Zwischenwertes richtiger Boss. Da hat kein großes Level Dings da. Ja könnte wir machen, aber ich habe mein Leben ist halt nicht voll. Ja das Leben ist nicht voll. Wir haben die Pokémon nicht dabei. Gar nichts. Stimmt ja, dann können wir ja hier beenden die Ding. Aber ich schieße trotzdem nochmal jeden auf den. Warte. Ich kann nicht anders. Da direkt links in der Ecke ist ja noch Level 16, oder? Genau, die schieße ich ja. Schiehst du nicht auf den Boss? Spinnst du? Was? Ne. 704 Schaden. 156. Jetzt kommt er. Kommt sie. Ich ver... Elf Prozent. Die sollen wir nicht. Ich sehe halt nichts. Das ist halt... Mal kurz locken. Hier locken. Ich kann nicht nochmal schießen. Ich ähm... Töte sie sonst. Oh, ja krieg ich halt. Oh, bin tot fast. Ich krieg halt hoch und durch die Wände durchschießen. Ja fuck ja, dann geh ich wieder. Scheiße. Die, die man ja zu spawnen wollen. Ja, die hat sich so komisch hochgeglitscht und dann hat sie geschossen auf einmal. Das nachladen. Ja, du hast tot. Ja, okay. Egal. So eine Heime. Es war auf jeden Fall eine Dame in der Wild. Ja, hier ist noch irgendwas, was leuchtet. Eine Notiz wieder. Und da ist noch eine Kiste sogar. Da rechts. Da, 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 da. Oh, da läuft sie sogar rot. Äh, Federschmuck. Federschmuck, Goldmünze. Stahlschlüssel hab ich verbraucht. Äh, Baupläne, Feder, Haarschmuck. Das ist geil. Und wie lerne ich den? Kann den nur verschieben. Äh, ne, den kannst du dann einfach craften. An der Werkbank. Hier im Wasser ist ein neuer Boss, ne? Azur, Azur, aber. Ah, ich seh's. Ah, Level 17? Äh, 17? Ja. Ist das total komisch mein Level? Ist das der im Wasser? Der ist im Wasser. Scheiße, wie wollen wir denn da überleben im Wasser? Warte mal, wie wollen wir kämpfen im Wasser? Der müssen wir rauslocken. Der im tiefen Wasser ist nämlich Schaden. Ist zu kalt. Hab ich schon probiert. Tschüss. Aber wilde Levelunterschiede. Okay, wir pennen erstmal alle, oder? Ich glaub, dann haben wir auch wieder HP. Erstmal eine Runde hinlegen. Von der schweren Reise. Erstmal unter Rockschau'n auf der schweren Reise. Reise hier. Ach so, soll ich nochmal hochschneiden, oder? Ja, stimmt. Ah. Ist wieder Tag dann. Ja, komm, komm. Sieh schon, komm. Ah. 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 Jawoll. Ah, wieder, wieder, wieder Action hier. So, ich weiß nicht, dass jeder seine eigene Box hat, ey. Meine sind gar nicht mehr tot. Die leben alle wieder nach dem Schlafen. Meine leben alle wieder gegen sie. Okay, das hast du mir nicht ausgerührt. Ich hab die ne Box gepackt und guter ist. Ja, ich dachte auch. Weil da die 10 Minuten Zeit rückwärts zählt. Okay. Meine sind noch tot. Die meine sind ganz nach dem Schlafen. Lol. Lol, du, 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 lol. Tja. Ich hab's ausversichtlich nicht richtig gemacht. Wild. Ja. Ich hab's sogar fünf dieser speziellen Sphären in der Tasche hier. Seh' ich grad. Ich weiß nicht, ob ich die schon die ganze Zeit hatte oder die erst in der Kiste waren. Ich denk schon, dass die ganze Zeit da waren. Ey, ich kann die Kiste nicht mehr füllen. Mach mal mehr. Hier, diesen kleinen Igel da. Diesen, diesen gelben. Der weißen. Den, den Igel kannst du als Handgranate benutzen. So, war ich gemütter, das gehört noch? Ach. Ja. Nein, du hast gemüttert. Achso, ich meinte, kranker Staff kannst du mit jedem Ding irgendwas machen, so militärisch. Ganz heftig. Maschinengang, Granate, brutal. Oh, dieses verhurte Fisch. Okay. Dass du immer die Hand nimmst. Ja, Mann. Fisch dich. Äh, Federhaarschmuck. Hübsche Haarnadel aus Feder. Schützt möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Wie irgendwie? Ich würde auf Fasern. Was heißt hier irgendwie? Sterbe ich jetzt immer noch nicht? Leute, ich bräuchte Totems. Kennst du die Totems noch mal als Minecraft? Hä? Ne. Okay. Also Totem in der Tasche erst stirbst du nicht. Du kannst dann 10 Totems craften, dann kannst du jemals sterben. Zu meiner Zeit gab es noch keine Minecraft Totems. Ich kenne es halt nur aus diesen Craft Attack und solchen Sachen, was die dann da spielen. Von diesen Profis da. So. Ja. Ich habe Minecraft noch gespielt. Da gab es eine Browser-Version. Jo. Vom C64 habe ich gespielt. 88 Minecraft. Dann habe ich mich 30 Jahre schlafen gelegt und aufgewacht. War immer noch das gleiche Spiel. Okay. Also klar, Fische hat nichts geändert. Scheiß, scheiß Kälte. Habst du nichts gebracht, ey. Ja, und dann gibt es ja diese Gerüchte von denen. Ja, alle waren auf dem Mond und dies, das, ne? Was für ein Mond? Scheiß, Mann. AI war das. AI damals schon. Auf Fasern hier. Wie lange hast du denn das Dach gemacht? Meinst du, das Haus hebt noch ab, oder was? Ich hebe ab. Ja. Nichts hält mich am Boden. Mhm. Ja, da sind die Brudis dann halt draufgelaufen auf der Dachseite und dann mitgebaut. Das ist voll geil. Ja. Kann von hier oben runterspringen. Wie mit dem Gleiter. Achso, warte, Flugding kann ich bauen. Moment. Wieso warte ich überhaupt noch? Warte mal, bau Flugding. Warte. Ich muss immer schauen, was du noch braucht. Äh, wo ist denn diese spezielle... Ach ja, da wo der Sattel gebaut wird grad. Ich wollte grad sagen, da baue ich halt grad den Schillex-Sattel. Ich will helfen. Ganz so. Das ist ja ganz woanders, aber macht genau das. Hier ein Astronaut. So, dann gucke ich mal. Was ist denn? Geh weg. Man kann gar nicht von der Seite ran? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Ja. Also du schreibst das schöne Sattel. Ja. Mönpackel. Äh. Nightwing-Sattel. Ich brauche Stoff und Metall-Barn. Also, Stoff ist ja easy. Oh mein Gott, wieso ist der denn dauernd hier? Ach, der ist da zugewiesen, ne? Da soll er 20 Stoff bauen. Komm, hopp. Wo sind jetzt hin? Geht er zu essen oder was? So. Rezept. Ja, mit... Okay, wir brauchen ganz viel Metall. Ich muss Metall holen. Okay, dann gucke ich mal. Ich wechsle mal hier das zur Pike. Ah, hier vor unser Haus, das Metall. Gut. Ich möchte es mal mit. Ja, der Charles ist hungrig. Ich habe da doch hier unten was reingelegt, oder nicht? Achso, ich muss doch mal die Bären anlegen. Dann ist er mehr. 544 Bären. Okay, krass. Ich lege mal 15. Ich lege mal 15 Kilo Bären in den Filmen. in den nächsten 10 Minuten. Ich finde den... Hast du auch so einen süßen Rucksack? Was hast du denn für einen Rucksack? Ja, er ist den gleichen. Okay, sieht voll knuffig aus. Einfach Geschwister. Mother vom Nasa-Masa. Äh, ne. Wie gilt das? Brother von Nasa-Masa. Das sister von Nasa-Masa. Jawoll, wir hacken. Gewicht. Ich muss gar nicht mehr. Muss los. Achso, ne. Wir müssen uns einfach in die Kiste rein. Wir müssen ganz so weit laufen. Zack. Rechte Maustaste. Kiste. Weiter geht's nicht. Ich habe doch schon mal... Ich habe doch letzt... Also letztes vom... August oder Juli auch so ein Spiel gespielt. Sowas ähnliches. Zumindest so ein Comic-Scheiß da. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ein Tag. Oder ob ich gesagt habe, ist Beta und dann... Kommt die... Wird wieder gelöscht, wenn die Vollwissen rauskommt. Und dann... Hieß es dann doch nicht. Das bleibt. Metall ist wenig. Pahlia. Genau. Pahl-Wall-Pahlia. Exakt. Genau. Genau. Richtig. Toll. Das war nicht so toll wie das hier. Das war im Vergleich hier zu langweilig. Woher weißt du das noch? Pahlia den Namen. Das war so Wild-Gast. Krass. Mann, war das ja fast wie hier heißt. Pahlia-Wall spielen wir jetzt hier. Von Pahlia zu Pahlia-Wall. Auf dem Weg zum Fliegen hier. Also ich glaube wir können 50 Level werden. Also wenn du den Skill-Bomb durchscrollst, dann Level 50 ist da. Ich habe Hörde-Mobs gesehen hier. So ich habe noch ein bisschen Erzgeho und dann müsste man die Feuerfußes da brennen lassen hier. Chilet hat Kavita besiegt. Alles klar. Billig. Hier. Also was haben wir hier insgesamt? Max macht man hier 10 und hier machen wir auch hier. Max haben wir 40. Dann machen wir dann hier drin. Fuck. Geht gar nicht. Okay. Dann machen wir hier auch nur 10. Was macht denn er hier? What the fuck, Mann. Krass. Ich dachte der geht jetzt auch blüten. Oha. Das ist ja so wie so ein Wolkenschlangen fähig. What the fuck. Ich hatte dieses Alpaka und das hat schon gut schauen gemacht. Dann machen wir den noch. Ja dann mach mal. Mit dem. Jo. Jo, okay. Okay, hätte einmal gereicht. Aber gut, Schaden macht es trotzdem. Ich hoffe ich kriege kein Schaden hier. Ich bin da nicht da, ich soll nicht gucken. Wow. Das war es mit deinem Viech? Ja, der war noch nicht voll. Ich muss erst nachladen. Boah, der ist fast tot mit einem Schuss und Kopfschuss. Digga. Das ist jetzt Nahkampf gehen sogar. Wenn er rauskommt. Ne, hat geklappt. Easy. Lol. Einkaufschuss fast tot. Achso. Ich wollte nur so Zuschauer sein. Spectator. Ja, ja, ja. Und bei dir geht alles in die Luft. Ob du irgendwie Schießpulverlucksack getest. Zack. BW. Ja, hi, danke. Jo. Kein Ding. Es ist mein... Einer muss ja der Held des Films sein, weißt du? Ja, eben. Ja. Zack. Okay, jetzt muss ich schauen, was die hier... Machen die das hier? Ne, einer macht nicht. Ich brauche zweiten Fuchs. Ah, hier habe ich einen. Da nimmt der. Ah ja, cool. Okay, mein Fuchs geht irgendwo hin. 0 von 10. Ja, aber die sind... Ein paar sind hier. Ah, sind 20 Stoff hier fertig. Cool. Tue ich mal hier rein. Hier sind schon 7 drin. Passt. Es gibt irgendwie keine Stacks. Keine Stackbeschränkung. Das finde ich heftig. Das ist halt Gewichtbeschränkung, klar. Ja. Das modden die Leute sonst eh rein. Ja. Oder du hast eh Gewicht zoppelt gemoppelt. Ist ja eigentlich eh scheißegal. Du kannst eh nicht alles tragen. Ja. Du willst 1 oder 1000. Und so ist halt auch das Management der Tasche besser. Hast weniger. Du denkst versteinigen. Wie haben sie das wirklich gezockt? Ultra krass, Mann. Schöner Hunger. Ist doch. Ich hab da doch unten 74 Bären hingetan. Ist die doch. Wann ist die denn? Wieso? Was ist denn? Fuchs? Kommt doch. Zwei Füchse laufen drum. Was kommt? Hallo? Was machen die denn? Muss so ein Arbeitszuweisungsding bauen. Er kann... Oh, so ein Protest. Oh, geil. Das wäre... Das... Ich probier mal was ganz. Weil das ganz oben am Dach... Das ist perfekt so. Aber ich glaube, es geht nicht am Dach, oder? Doch. Oh mein Gott, wie krass. Ich baue es so weit schwebend nach vorne, wie es nur geht. Das ist so ultra. Oha. Dann kann... Das... Dann können wir auf unsere... Äh... Menschheit. Also da, ne? Gucken. Machst gleich fertig. Haha. Ich fühl was du machst. Ich fühl es. Ach du Scheiße. Gucken, ey. Unsere... Eiserne Faust regieren wir hier. Oh mein Gott, wie geil. Arbeiten. Ja, schau. Schuften brutale Arbeit. Guck mal. Das ist jetzt schon so... Das ist jetzt wirklich so... So wie Steuernverteilung bei Ammo und so. Arbeitstempo normal. Hoch. Und maximal. Vordere vom Pal eine humane Arbeitsweise. Haben wir jetzt. Dann haben wir Vordere vom Pal hart schuften. Oder Vordere vom Pal brutal schuften. Ja, mal das Cutter durchmachen eine Nacht. Ich stelle mal bei mir auf Schuften. Habe ich. Das Zweite. Gott. Hoho. Wie das da oben ausschaut. Wie man da runter spricht. Zu den Geringverdienern. Lol. Ich will das Wort zur Helfer oder das S-Wort nicht sagen. Das finde ich ja ziemlich... Schlecht. Ja, ja. Ich wüsste nicht... Ich kann dir nicht anheben. Ich krieg keine zwei Dinger hin und die, die wir teilen machen. Die Wixei. Scheiße. Dreck. Okay, das soll ich bauen. Was sagt die Crash noch? Das Flügel-Dings E. Nee. Hast du Beuer Kochtopf, Beuer Weizen, Beuermühle? Nee, leck mich. Ich brauche so ein Flugding. Hier. Jetzt hier. Nee, chillet. Das ist was anderes. Nightwing. Noch zwei Metallwaren. Rausfliegen. Einen. Check halt nicht. Ich muss mal... Ich muss mal den irgendwie anders zuweisen hier. Ähm, Fuchs. Da laufen nur Füchse draus. So bin ich bescheuert. Wieso machen die nichts? Jetzt ist nur einer fix da. Was ist, was ist denn sie hier? Die Medizindame. Oh, ich hab hier King Packer. Der ist von Level 23 auf 25 runter. Und der kann halt nur Samen machen. Loser. Oh mein Gott. Unser Lager ist kaputt. Scheiße ist der dick. Alter. Ich. Zum Teufel. Der kann halt nur besamen. Das war's. Macht er sogar gerade. Ich tu den gleich wieder weg. Das muss man mal anschauen hier. Da liegt ein Ei auf der Treppe. Lol. Will fertigen. Ja, dann fertige doch. Ne, ausruhen jetzt. Jetzt. Ähm, Nightwing Sattel. Noch einen bräuchte ich halt nochmal Metall und alles. Und 20 Pallium Bruchstücke. So, wen kann ich jetzt da arbeiten lassen? Dann angepasst du den Teil. Bauen wir mal nebenher eine Steilschuh-Tacke. Also hier ne ne neue Spitzacke. Kann ich glaub ich nur da wo die Pfeile sind? Weil das ist der neue. Achso. Ja, das ist der große Pfeile so um zu tauschen, ja. Oder so. die helft immer diese scheiße für dich da weg ich wohne wieder so kleinen futzer was macht er denn dachte wird das tut echt was tut er den anpflanzen auch nur rote bären ja das kann halt jeder nee 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 das ist ein scheiß könig aber als als ding dabei haben was meinst du ich würde mehr ins lager tun hier 2 ob du mal helfen hier hallo ist ja dann immer da weil der andere auch da ist immer hier wenn man denn so hinwirft bleibt dann für immer da kommt immer wieder weiter schweben natürlich ist auch immer da doch überlappt ein anderes objekt wieder was für objekt ich sehe das gar nicht so das geht nur draußen ja okay warte jo mühle 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 zack habe ich und hier helfen direkt ganz viele mühle 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 wenn ich glaube ich bald schlafen aber die arbeiten jetzt dazu gut alle was hungrig stopp wer kommt sich wieder zurück du gehst oh mein gott dieser sattel ist halt entgegen danach der wird nie fertig kommst kommst du wieder also das ist der andere auch 100 arbeitsstunden hat diese sattel hier muss ich auch lohnen ja ich habe meine hart arbeiten lassen so ich habe ja hochgestellte verschwerte arbeiten sind hier die haben davor auch schon mal ein geschwür bekommen wenn man so anstellen hier der chef mann geschwürt noch sind wir nicht so weit wie wir gesagt da müssen wir noch nach anderen maßnahmen ergreifen ja brutal hier das ist so wie brechstange über anstoß spielart fußball brechstange immer rein da also nein was geil mit dem support eigentlich die haben alles gedacht außer dass man den den bruder nicht im radar sieht aber pennen erstmal ne runde hast du lust naja kann man am tag fliegen ausgerübt so ok habe ich mein nightwing hier ja immer ne fall wieso wirklich kuh hier flugstunden kommen hallo höher tiefer space c oh mein gott kann ich nicht einfach fliegen in der welt ne geht nicht die höhe anpassen so im wasser ok habe ich irgendwelche dinge wirbelsturm linke maustaste ok wow ich mit dem bild bestimmt ach da tue ich ja sogar fliegen ok steuerung windschneider ok und luftkanone gibt es auch noch dass das space ich komme nicht mehr hoch warum komme ich nicht mehr hoch gedrückt halten es gibt da glaube ich keine begrenzung ach doch er hat glaube ich eine ausdauer der typ extra ja doch doch das hat eine ausdauer mehr ausdauerbalken ja aber scheiß dass du nicht in der welt so rumfliegen kannst du musst immer c und leertest drücken was zum fikt jetzt auch schneller mit schrift oder so ne ist ja ok ich bin gleich noch mal aber er regeneriert super schnell ausdauer und schrift jetzt hast du auch ein night wing ja ja dann mache ich auch so ein ding wenn du willst naja mach mal war nur metall glaube ich jetzt schon wieder vorn hier und für die getroffen von dem selbst ja ich habe es auch noch einen night wing lol ok gut Mammutding hier, 38 Yo One-Shot Also dieser Wirbel jetzt so Du tust ihn irgendwie spawnen Und dann chargst du mit dem Wirbel irgendwie Du selbst Das Erz Ist jetzt nicht so geil Dann ist es nicht so Das ist halt dieses C und Space fliegen Soll ich dir erzählen Ist irgendwie doof, aber egal Ich hole auch noch bei Erz hier gerade Kann ich hier aus der Luft Haken? Ne Okay Ich kann das Erz angreifen Okay, lol Doch, man kann das Erz angreifen Ganz auf dem Erzform Mit den Schlägen von ihm Drei Vier Erz Acht Ich mach das so Also die Attacken von denen tun doch das Erz irgendwie Boah, ich brauch den Fetten Den Boss Der hat doch gesagt, der trägt alles Oder nicht Warte, dass man sich so in der Welt fliegen kann Sonsten ist so Stufungen mit Mit steuerung Einmal mit dem Controller probiert Mit dem Controller geht das auch super Das Spiel Vielleicht ist ja das Fliegen entspannter Hast du noch Gericht? 448 von 9,9 von 4,50 Ne, 1,1 Kilo Guck mal zu mir Nightwing Komm, 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 komm F gedrückt halten F gedrückt halten Und hoch So 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 Vielleicht geht das ja gut Voller Metall A und B hoch, runter Okay Ja Ist ein A und B hier Ich greife irgendwie alles an Dass mich jetzt alles angreift Hier mit dem Scheißvogel Unsere Hood muss da hin So Hoch Mit dir So Okay So Voll mit Metall Komm ich beladen Hähne Nur so abzusteigen Cool Irgendwas frügelt sich denn Da Aua Ja Ich hab gepult Ich hab halt Geschossen Wirbel Aue Aue Da weiß ich nicht Und dann hab ich alles gepult gehabt Also es sind eigentlich Zwei Firefüchse Äh Firefox Und Chrome Eingeteilt Hier Nur für die Für die Basis Palt Palt Gönnt sich ein Päuschen Ja gut 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 Schön Brav Ähm Zepth auswählen Ah Ah Okay 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 Ähm Ich brauche 20 Paldiumbruchstücke noch Und dann haben wir's Ja auch noch schnell Ja so blauen geilen Dinger Habt's zwansch Ähm ja Seht doch schon wenn ich in Reichwelle bin Kannst du schon craften oder muss ich die rauswerfen Ne ne die die müssen in der Kiste sein Die müssen in der Kiste sein Ist die dahinten Da im chillet Chillet Wenn du mal gehst So Äh F-Rezept wählen Nightwing-Sattel Go Läuft Dauert halt Dauert Sind viele Arbeitsstunden hier Kommt keiner oder? Ne Er hat draußen zu viel zu tun Lalalala Lalalalala Lalalala Weißt du Ich krieg dir alles was wir machen Auch eine Erfahrung Ich glaub schon Die in unserer Tasche sind schon Ja Wir kriegen jedenfalls die ganze Zeit Plus eine Erfahrung Plus eine Erfahrung Ich seh es genau Plus zwei sogar Einer Sogar Ich krieg dir wahrscheinlich mit einer Hand auf Naja Erkenn ich Musst du loslassen Deswegen So einen Knopf machen Bei der Maus und Makro Aber was man dem gedrückt halten Gibt nicht so wirklich Das sind immer kurze Millisekunde Wo er loslässt Das ging mir noch nie so wirklich Vor allem spazieren gehen Bei Icarus Habe ich das auch immer gemacht Da muss ich echt ein Profil bauen Dass bei dem Spiel Die Taste C Die seitliche Maustaste ist Wo ich da so rolle Also bin von Fliegen nicht so begeistert Aber wir kommen damit auf jeden Fall Über alles hinweg Denn wenn du keinen Ausdauer mehr hast Ist ja egal Dann landet der kurz Und regeneriert sehr schnell Ausdauer Also wieso hat der denn schon wieder Magen geschwür Magen geschwür Verstauchung erschöpft Schläft vor Stress ein Schläft vor Stress ein Aber da im Leben sonst keine Probleme So Sagen wir lang Jo Bitte Wo sind wir jetzt noch bauen hier Ich bin gespannt was du sagst Achso die Mühle habe ich angepasst Das ist mit der jetzt eigentlich hier Mühle der Zapp wählen Weizen Also Mehl kann ich hier bauen Zum Brot backen Okay Schön habe ich gemacht Dann haben wir noch Kochtopf und Weizenfeld Kann ich glaube noch gar nicht Ja ist eher um Über so eine große Klippe zu kommen Als alles andere Ja Ist nicht so im 3D Veränder da die Welt fliegen Ja hier ist wieder so ein Rosai Eisentruhe Fast mehr Gegenstände Und ist außerdem stabiler Pals die Transport beherrschen Bringt dir von selbst Gegenständen Ja das ist klar Nächste Level dann So Weizenfeld kann ich schon bauen Dann bauen wir das mal Ja Was hintun soll Alles zu groß Jetzt Aber ich glaube für mich wird es erstmal Zeit Für den Posten Ja das passt ja Das passt ja eh Dachte ich Ich tue noch ein bisschen bearbeiten Das Ganze Aber es ist Es braucht also viel Zeit 4 Gigabyte haben wir denn jetzt hier Das hätten wir gleich schon das Inja Der eine Inja raus Der eine Inja raus Der eine Inja ist schon ausgestiegen So zu zweit Wenn man Quatsch und ein bisschen gesetzt Kann ich dann ewig weitermachen Muss ich vom Stuhl fall Das wird mir gar Alleine Muss man sich jede Minute irgendwie quälen Ja ja Alleine ist wild Es ist auch Man muss halt nichts zusammen machen Einfach nur irgendwie quatschen oder so Das reicht schon Ja klar So Oh man Jetzt habe ich das Holz noch aufgesammelt Abwerfen Weg mit dir So Jetzt haben wir hier ein Weizenfeld Achso der kann das sogar anbauen Haben wir ja Okay cool So schauen wir mal Zurück zum Titelbildschirm Das Spiel wird automatisch gespeichert Ja das ist ja lieb Das ist schön Bauherr Kochtopf Ich habe gar keinen Ich kann das gar nicht skillen Was für ein Kochtopf Technologie Ja ich werde das Ding dann backup Ich lasse es halt an Ich weiß nicht ob ich heute oder morgen bastel Es kann sein dass das Server Für ein paar stündchen Wartungsarbeiten Ja Gebastelt wird Kann man es ja abspringen So was Ja wenn ich einloggen will Und das Ding funktioniert Nicht flammig Das ist ja kein Problem Das ist ja kein Problem Ich hoffe dass ich das so hinkriege Dass ich Passwort hintun kann Weil Ich kann Passworts auf dem Server machen Aber dadurch dass es nichts In der Browserliste zu finden ist Kannst du das Passwort nicht eingeben Du kannst so direkt connecten Und sag dir Hey das ist das falsche Passwort Aber macht ja nichts Ja ich mache jetzt noch 1-2 Minuten Macht dann ab und dann gehe ich auch auf War geil War schon war cool War ganz okay mit dir ne Achso mit mir Ich dachte mir spiel jetzt Ist ja egal Ja ich habe mit so einem Spiel geredet Das ist ja egal Ja ja mit dir spiel Hey spiel Yo spiel So du kannst es nicht selbst Soweit okay Ich mache mal so irgendwelche komischen Sachen Dann War geil Hat Spätzle gemacht Superspiel Dann schlafen sie schön Kannst du auch schlafen Jetzt hast du Zeit Lassen sie dich schlafen Samstag Lassen sie dich Ich meine keine Ahnung Dreieinhalb Stunden Zweieinhalb Stunden geht es einkaufen Ja easy Easy schaffst du dann Schaffst du Kochtopf level 17 Die Schweine Also dann nachher Angenehme Nachtruhe Wiederschauen Wiederschauen und reingehauen Tschau schlaff schön Tschüss Ebenso wieder schauen Danke Damit lassen sich eine Größere Vielfalt an Zutaten Verarbeiten Das Kochen ist kinderleicht Ja Du musst bestimmt Jemand kommen und das machen Okay geil also Also das ist ja echt so Siedler Ich muss mal kurz Ich werde mal kurz was aus der Hand nehmen Hier Zack So Geh mal da hoch auf meinem Podest Mach mal von Von hier die Abmod oder So Das ist geil Das ist geil Okay Release Tag Paul World Oder Paul World Keine Ahnung wer das sagt War geil habt ihr gehört Sau mäßig Spaß gemacht Das Ding Wahnsinn So eine Mischung aus Arc Aus Factorio Aus Aus Alle möglichen Keine Ahnung Ahnung ob mich auch daran erinnert Sehr geil Sehr geil Super Ding Und für Early Access in Version 0.1.2.0 Eine Menge drin Tag 1 ist dann hier mit zu Ende Freut euch auf Tag 2 Und dann wünsche ich euch noch einen anspannten Tag Abendmorgen Was noch immer ihr das seht Bis dann Servus